Boah, immer diese Bogen-Scheiße! Guck mal klar, Mann! 40 Jahre, diese Scheiße! Mein Gott! We're teaching you the latest hype and what you don't need to know We tell you what to do all day We tell you what to dream at night Make sure you don't go your own way Stop, 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 stop! Wer ist die Tante? Keine Ahnung. Wer ist die Tante? Ich bin eure neue Promoterin, du! Hippie-Vogel! Ich? Bist du irgendwie auf einem spirituellen Trend? Krishna, Krishna! Nein, wir sind hier nicht, um irgendwelche Seaxen oder tote Omas zu besichtigen! Nein, wir sind hier beim Rock'n'Roll! So kann ich euch doch nicht präsentieren! Ihr seid Rock'n'Roller! Ich hab'n Band-Shirt an! Ja, aber die falsche Band! Du bist random! Rheuma-Group! Rheuma-Group! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Jungs, das geht nicht! Absolut nicht! Ich hol' euch was! Moment! Bleibt genau da! Nicht bewegen! So! Hier! Anziehen! Jetzt! Ach du Scheiße! Fünf Minuten, dann seid ihr umgezogen und parat! Los! Bewegung! Was ist das denn für ein Fummel? Auf! Bewegung! Was ist das denn hier? Geiler Scheiß! Das ziehst du an! Soll ich gute Tiere anziehen? Anziehen! Keine Fragen stellen! Fünf Minuten! Los! Bewegung! Hopp, 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 hopp! Und das bei der Probe! Auf geht's! Auf geht's! Da ist es! Es hat mir da mal ein Crash! Das ganzerecreie! Fünf Minuten! Macht euch ein glänz! Tja! 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 So Jungs, könnt ihr mir mal erklären, was dieser fette, hässliche Arpfleber da macht? So, time is money, ich will loslegen, macht die Scheiße weg. Da steht doch 2500 drauf, kannst du nicht lesen? Das ist eine ganz kleine Monitorbox, aber mit 2500 Watt und die geht bis 13 und nicht nur bis 11. Wir sind ja nicht bei Final Tap. Aber das sieht scheiße aus. Das ist random. Ja, ist doch ganz okay, oder? Tote Tiere. Definitiv, schon besser. Endlich mal das Solo-Durchspiel. Ja, komm, dann hau mal rein jetzt hier. Ich weiß nicht, wer ihr das seht. Ich weiß nicht, wer ihr das seht. Ja, das war schon besser. Wir kommen langsam in die Richtung, wo ich langsam zufrieden mit euch Jungs bin. Aber pack mal das Spielzeug hier weg. Ich habe eine geile Überraschung für dich. Okay. Warte kurz. Ich habe jetzt schon potetiere. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hier. Oh. Oh Mann. Gibt so ein Herd. Das sieht aber gut aus. Ich sehe es für dich. Und jetzt puste mich aus diesem Proberaum. Danke schön. Zeig mir, was du drauf hast. Zieh mal an. Auf jeden Fall. Ja, die sieht geil aus. Das ist schon viel, viel besser. Aber keine Sorge, Lemmy. Für dich habe ich auch was. Du willst ja auch nicht leer ausgehen. Sekunde. Oh. Und wehe, wehe, wehe. Du lässt sie dir nochmal klauen. Hier. Ist das was wie fick? Hey. Das ist doch mal was, oder? Geil. Und jetzt zeig mir, was du Jungs drauf hast. Alright. We tell you what to do all day. We tell you what to dream at night. Make sure you don't go your own way. We tell you what to dream at night. No more revolution. Only by institutions. Ja, das war mega geil. Das klingt nach random. Wuhu. Geile Probe. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, auch richtig geile Jacke. Aber... Geil, ne? Ja, die ist richtig cool. Aber meinst du nicht, ein, zwei Nieten weniger hätten sie auch getan? Was soll das heißen? Wolltest du da Nieten da rausnehmen? Ja, genau. Ja, ganz schönes Eis. Geil, ne? Ja, ganz schönes Eis. We just have to obey For the path we built for you Of course it's not for free We tell you what to do all day We tell you what to dream at night Make sure you don't go your own way